Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Die letzten Tage gab es ja viele Gerüchte rund um Christopher Julian und Schalke 04. Dabei hat man ganz außer Acht gelassen, dass es von Julians Verein Celtic Glasgow wohl konkretes Interesse an Malik Chau gibt. Unsere Nummer 33 stand ja im ersten Testspiel direkt mal wieder in der Startelf und hat durchaus ein gutes Spiel gemacht. Und nun könnte es eben durchaus sein, dass es weitere Interessenten gibt, die ihn gerne verpflichten wollen würden. Bislang gab es ja vor allen Dingen die Gerüchte um die Serie A. Der Azimilan war vor allen Dingen auch erneut interessiert. Aber laut italienischen Medienberichten soll sich der gebürtige Düsseldorfer auch in Gesprächen mit Celtic Glasgow befinden. Mit dem schottischen Meister wäre dann auch Malik Chau direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Müsste aber natürlich im internationalen Vergleich durchaus Abstriche bei der Liga machen. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern das wirklich eine ehrenzahlhafte Alternative für Malik Chau ist. Aber zumindest sollen schon mal Gespräche geführt werden. Bedingt durch das Gerücht um Julian und Schalke gab es ja auch schon mal Spekulation über ein Tauschgeschäft. Das ist natürlich jetzt kein Thema mehr. Aber sollte ihm Celtic das Geld aufbringen können, Malik Chau zu bezahlen, wird sicherlich Schalke dann nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, die Frage wäre halt, möchte Chau überhaupt nach Glasgow gehen? Weil man eben da natürlich im Vergleich zur Serie A, aber auch zur Bundesliga im Liegenvergleich Abstriche machen muss. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Chau! Und Glück auf! An alle Schalker!